So, ja, schönen guten Tag sehr verehrte Damen und Herren, mein Name ist Simon Schäfer, wenn ich mich auf Bühnen stelle, heiße ich der Warst und ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu diesem kurzen Informationsvideo über die Warst-Vision. Das ist eine audiovisuelle Live-Performance, die ich performiere und das mache ich mit einem Labor aus selbstgebauten Instrumenten, die ich Ihnen so ganz fix mal ein bisschen vorstellen möchte. Schauen wir mal, dass wir sie schön ins Bild bekommen. So, hier diese Sachen. Am besten steigen wir hier mal ein mit dem Herzstück quasi. Das ist das Videophon. Das ist ein audiovisueller Synthesizer, der auf Scan-Konvertern beruht. Hier solche Geräte, die von einem Video-Standard in den anderen konvertieren, von Composite-Video nach VGA und zurück. Und da gibt es hier diese Speicherchips auf der Rückseite und an diese Speicherchips habe ich jede Menge Kabel angelötet und an diese Kabel habe ich diese ganzen kleinen weißen Schalterchen dran gelötet. Und wenn man diese kleinen weißen Schalterchen drückt, dann wird das Bild verfremdet auf alle möglichen Arten. Das kann man machen, während das Bild läuft. Es gibt irgendwie bei diesem Gerät zwei verschiedene Modi. Der eine Modus ist eben hier mit dieser Kamera. Hallo! Der andere Modus ist ein internes Feedback, das im Prinzip genauso funktioniert, wenn sie die Kamera zu nah an den Monitor halten, nur dass es intern gelöst wird. Da kann ich kurz mal drauf umschalten. Da wird der Ausgang des Gerätes direkt wieder in den Eingang eingespeist und dann hat man diese schönen sich in die Ewigkeit verlängernden Strukturen. So was zum Beispiel... Damit kann ich dann natürlich auch wieder spielen und schauen, was ich damit mache. Ja, so... Dazu gleich mehr. Aber ich möchte noch kurz darauf hinweisen, wie dieses ganze System verbunden ist, weil die Spezialität im Prinzip darin liegt, dass quasi das Videosignal das Audiosignal ist und das Audiosignal das Video. Das demonstriere ich hier mal schön mit diesem anderen Telefon. Da gehe ich jetzt auch nicht groß drauf ein. Es existiert. Es sieht schön aus. So, da kann man schon schön sehen, wie das Audiosignal ins Video reingreift. Je nachdem, welche Tonhöhe verändert sich das auch im Video. Aber da geht dann schon einiges. Der Audioeingang liegt momentan auf dem grünen Kanal. Dafür gibt es einen Grund. Nämlich, weil der rote und der blaue Videokanal des Videophones ihrerseits als Audiosignale herausgelegt werden. Und das funktioniert am besten im internen Feedback-Modus. Gut, mit der Kamera geht das auch. Aber um der Einfachheit willen demonstriere ich das lieber mal in dem Feedback-Modus. Hier bin ich so verfahren, dass der rote und der blaue Farbkanal jeweils auf dem Stereo-Rechts-und-Links-Ausgang liegen. Und wenn ich jetzt einfach mal anfange, etwas zu machen, dann hört man das schon. Da kann man natürlich jetzt auch wieder das Audiosignal noch mit rein. Ja, ich denke für eine kleine Demonstration sollte das erstmal reichen, um ein wirkliches Bild von der ganzen Performance zu bekommen. Möchte ich Sie bitten, einfach nochmal die Videos, die hier an dieses Video hinten dran gepackt sind, sich anzuschauen. Ich glaube, dann wird das relativ klar. Ja, das ist dann erstmal alles. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche noch einen schönen guten Tag und... ... 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